Chilli TV Hoi miteinander, willkommen auf Chilli TV Die neuen Studiomöbel sind gekommen und so habe ich beschlossen, gleich nochmal alles komplett umzubauen und es ist wirklich auch so wunderbar, oder? Ihr seht, aber edle Sache, Maharoni Nein, natürlich nicht und ein wunderschönes Möbelchen, wo man richtig schöne Ahnung hat und das Keyboard in Greifweite, oder? Also ihr seht, wir fangen jetzt mega an Ich find's total geil Ich hoffe, ihr seid jetzt auch geil und dann müsst ihr jetzt einfach wissen Es wird geile Sachen geben auf Chilli TV und wir haben eine wunderbare Lounge zum Interview machen Wir haben über die echte Summer Lounge auf der Terrasse und ich kann noch eines sagen Es wird hammermässig den Sommer auf Chilli TV Anfangen sehnte Toni am 8. April Also ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei auf Chilli TV Chilli TV Chilli TV